Kindheit von Marie-Eugenie de la Grazie Ob der Reigen noch um die Linde geht in meiner Heimat fern? Des Zimber als tieftonig gebrumm, der Geigen schluchzendes Warum, ich hörte es gar so gern. Ob der Reigen noch um die Linde geht? In weißen Blüten stand der Baum gekleidet wie im Schnee, und unten wandelte im Schritt der Reigen und der Mond ging mit, so hell, dass ich's noch seh, in weißen Blüten stand der Baum. Nun hat das Leben mich gepackt, die heiß ersehnte Welt, im Kampf, der tobend mich umsaust, erwehr ich mich der ehrenen Faust, die mordend niederfällt. Nun hat das Leben mich gepackt, doch schleichen in das Dunkel sich gestalten wie im Traum. Von Stimmen klingt es süß und leis, und Kleider flattern Blütenweiß und Keusch bis an den Saum. Sie schleichen in das Dunkel sich. Ob der Reigen noch um die Linde geht? Dann leg ich wohl die Hand vors Aug und sinn das Herz mir wund. Mein Leben, ach, für eine Stunde in jenem Zauberland. Ob der Reigen noch um die Linde geht? olst. So dem Geschenk. So dem Geschenk. Die Hände wird auf Einzelhandels.